Nachdenkseiten Die kritische Website Stimmen aus der Ukraine Unter Zelensky gibt es keine Rechtsstaatlichkeit mehr Ein Artikel von Maxim Goldarb Eine unabhängige Justiz ist eines der grundlegenden Merkmale und Prinzipien einer echten Demokratie. Schon in der Antike schrieb Aristoteles darüber und im 18. Jahrhundert umriss Charles Montesquieu klar die Dreiteilung der staatlichen Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative und jede von ihnen sollte von den anderen unabhängig sein. Die Unabhängigkeit und Qualifikation der Richter ihre hohen moralischen und wirtschaftlichen Qualitäten die Verpflichtung, Gerichtsentscheidungen durchzusetzen Das ist es, woran viele Europäer und Amerikaner glauben, was die Gesellschaft will Jedes Regime, das versucht, diktatorisch zu werden bemüht sich zuallererst, die Unabhängigkeit der Justiz zu zerstören So leider auch in meiner Heimat, der Ukraine Gemäß Artikel 126 der ukrainischen Verfassung sind die Unabhängigkeit und die Immunität der Richter garantiert Und jede Einflussnahme auf einen Richter ist verboten Die Justiz ist unabhängig von den anderen Staatsorganen In der Praxis wurden diese Bestimmungen der Verfassung in den letzten Jahren jedoch grob verletzt und die Justiz steht unter enormem Druck In den letzten zehn Jahren wurde das ukrainische Justizsystem vier grundlegenden Reformen und unzähligen Änderungen unterzogen Die Richter wurden endlosen Beglaubigungen und Neubeurteilungen, Entlassungen, Rotationen und sogar Verfolgungen unterzogen Doch die Versuche der Behörden, die Reste der richterlichen Unabhängigkeit zu zerstören und die Justiz vollständig zu unterwerfen haben während der Präsidentschaft von Wladimir Selinsky ihren Höhepunkt erreicht Bereits im Jahr 2021 versuchte der ukrainische Präsident, die Kontrolle über das Verfassungsgericht der Ukraine zu übernehmen das die Verfassungsmäßigkeit von Entscheidungen des Präsidenten und des Parlamentes prüft Im Jahr 2020 erklärte das Verfassungsgericht die vom Präsidenten initiierte und anschließend von der Werchow-Narada verabschiedete Justizreform teilweise für verfassungswidrig und erklärte auch mehrere Artikel des Gesetzes zur Verhinderung von Korruption für verfassungswidrig All dies führte bei Selinsky zu großer Unzufriedenheit und zu Drohungen aus seinem Amt gegen die Richter des Verfassungsgerichtes Der Präsident ist nicht befugt, die Richter des Verfassungsgerichtes zu entlassen Sie sind unabhängig und Entscheidungen über die vorzeitige Beendigung der Befugnisse von Richtern werden nur in einigen wenigen in der Verfassung ausdrücklich festgelegten Fällen vom Verfassungsgericht selbst getroffen Um jedoch Richter, die nicht unter seiner Kontrolle stehen, aus dem Gericht zu entfernen, erließ der Präsident im März 2021 ein Dekret, mit dem er versuchte, den Leiter des Verfassungsgerichtes Alexander Tupitsky und Richter Alexander Kasminin zu entlassen Gleichzeitig verstieß der Präsident in grober Art gegen das Gesetz und überschritt in krimineller Weise seine Befugnisse Zu diesem Zweck erließ Selinsky ein Dekret, mit dem er die Präsidialdekrete aus dem Jahr 2013 aufhob durch die diese Richter im Einklang mit der Verfassung zu Richtern des Verfassungsgerichtes ernannt worden waren Die Rechtswidrigkeit dieser Maßnahmen des Präsidenten waren so offensichtlich und eklatant dass der oberste Gerichtshof den Klagen von Tupitsky und Kasminin stattgab sie als rechtswidrig anerkannte und die entsprechenden Dekrete des Präsidenten aufhob Als Vergeltung dafür wurde Tupitsky, der Vorsitzende des Verfassungsgerichtes, am 27. Mai 2022 auf Antrag der Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft auf die internationale Fahndungsliste gesetzt mit dem Vorwurf der illegalen Ausreise aus der Ukraine im März 2022 obwohl dieser Straftatbestand in dieser Form gar nicht existiert Schon der Wortlaut der Anschuldigungen gegen den Leiter des Verfassungsgerichtes zeugt von der offensichtlichen Beeinflussung seiner Fälle durch die Behörden der illegalen Verfolgung des Richters und der Schaffung eines Präzedenzfalls der Angst für jeden anderen ukrainischen Richter, der versucht, unabhängig Recht zu sprechen Die Arbeit des Verfassungsgerichtes wurde im Jahr 2022 faktisch blockiert und niemand, weder die Bürger der Ukraine noch die Personen gegen die Verfassungsbeschwerde eingelegt wurde können von ihrem Recht Gebrauch machen, das Verfassungsgericht anzurufen um die Verfassungsmäßigkeit von Präsidialdekreten und Parlamentsgesetzen zu überprüfen Noch härter gingen die Behörden an die Lösung des sogenannten Problemes des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichtes, kurz OASK, heran dessen Richter nicht zu Dienern des Präsidentenamtes werden sollten Das OASK war das Gericht, das die Rechtmäßigkeit der Handlungen der höchsten Staatsbeamten einschließlich des Präsidenten prüfte So hob das Bezirksverwaltungsgericht einmal die Entscheidung über die Erhöhung der Stromtarife auf Erklärte die Erhöhung des Gaspreises für die Bevölkerung als rechtswidrig hob die Entscheidung über die Umbenennung des Moskowski-Prospekts und der General-Vatutin-Allee in Kiew zu Ehren der Führer der ukrainischen Nationalsozialisten, die mit den Nazis kollaboriert hatten, auf die Stepan-Bandera-Allee bzw. die Roman-Tschuschewitsch-Allee Er kannte die Symbole der SS-Division Galicien als nationalsozialistisch an und traf viele andere Entscheidungen, die den Behörden missfielen Am 13. Dezember 2022 stimmte die Verhevner Rada der Ukraine für die vom Präsidialamt ausgearbeiteten Gesetzesentwürfe Nummer 5369 über die Auflösung des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichts und Nummer 5370 über die Bildung des Kiewer Stadtbezirksverwaltungsgerichtes Dies ist ein solcher Mechanismus des Präsidenten und des Parlaments zur Zerstörung eines unabhängigen Gerichtes, der auf seine Auflösung und die Entlassung unkontrollierbarer Richter abzielt Das durch das neue Gesetz geschaffene Bezirksverwaltungsgericht der Stadt Kiew hat seine Arbeit noch nicht aufgenommen Sodass die Bürger praktisch keine Möglichkeit haben, gegen Entscheidungen des Präsidenten und anderer höherer Behörden, die ihre Rechte einschränken, Berufung einzulegen Der Zugang der Bürger zur Justiz wird durch den Mangel an Richtern weiter erschwert Laut Statistik fehlten im Januar 2022 in der Ukraine 2039 Richter und 3559 Gerichtsbedienstete In mehr als 60 örtlichen Gerichten wird die Justiz von nur einem Richter ausgeübt Acht Gerichte haben ihre Arbeit eingestellt, weil es an Richtern fehlt, die für die Rechtsprechung zuständig sind So wurden bereits vor Kriegsbeginn etwa 137.000 Bürger ihres verfassungsmäßigen Rechtes auf gerichtlichen Schutz ihrer Rechte und Freiheiten beraubt Dies ist auf institutionelle Probleme zurückzuführen Zwei wichtige Gremien, die über die Ernennung von Richtern entscheiden, arbeiten nicht Insbesondere die Hohe Qualifikationskommission für Richter, kurz HQJC Die aufgrund von dem November 2019 verabschiedeten Gesetzesänderungen bis zum 24. Februar 2022 Seit 26 Monaten nicht gearbeitet hat Auch das Verfassungsorgan, der Hohe Justizrat, kurz HJC War zwei Tage vor Kriegsbeginn lahmgelegt Da zehn Mitglieder am 22. Februar 2022 mit sofortiger Wirkung zurückgetreten waren Damit wurden rund 60 rechtsstaatliche Funktionen, die sie gemeinsam ausübten, nicht weiter fortgeführt Der Hohe Justizrat wurde durch die freiwillige Beendigung der Befugnisse von zehn seiner Mitglieder lahmgelegt Der Grund dafür war, dass der oberste Justizrat darauf bestand, dass die Befugnisse des Ethikrates keine verfassungsrechtliche Grundlage haben, da ein solches Gremium in der Verfassung der Ukraine nicht vorgesehen ist Der Ethikrat ist ein unter Leitung von Selinski gebildetes Gremium, das feststellen soll, ob ein Kandidat für das Amt eines Mitglieds des obersten Justizrates die Kriterien der Berufsethik und Integrität erfüllt und das zur Hälfte aus ausländischen Staatsbürgern besteht Die Behörden, die sich hinter dem Begriff der sogenannten militärischen Geheimnisse verstecken, begannen auch, den Bürgern den Zugang zum Register der Gerichtsentscheidungen aktiv zu versperren Am 24. Februar 2022 schloss die staatliche Justizverwaltung, die für den Betrieb des Registers und die Aufnahme von Gerichtsentscheidungen in das Register zuständig ist, den Zugang zum Register vollständig Im Juni 2022 wurde der Zugang wiederhergestellt, aber Menschenrechtsaktivisten stellten fest, dass fast alle strafrechtlichen Verurteilungen der letzten drei Jahre dem öffentlichen Zugang entzogen wurden So sind beispielsweise in der Region Tscharkiv nur noch 30 Urteile für das Jahr 2022 im Gerichtsregister zu finden und nur 19 für das gesamte Jahr 2021 Glaubt man dem Gerichtsregister, dann haben alle Gerichte der Region Tscharkiv mit einer Bevölkerung von mehr als zwei Millionen Menschen im Jahr 2020 nur vier Urteile gefällt Ein Ding der Unmöglichkeit Am 21. Dezember 2022 reichten Menschenrechtsorganisationen eine offene Beschwerde bei der staatlichen Justizverwaltung SCA ein, in der sie forderten Die negative Praxis der Einschränkung des Zuganges zu Dokumenten im Einheitlichen Staatlichen Register für Gerichtsentscheidungen zu beenden Der oberste Gerichtshof war nicht befugt, freizugängliche Gerichtsentscheidungen zu beschlagnahmen, Auch wenn diese Daten über den Standort von juristischen Personen, also öffentlichen Behörden und kritischen Infrastrukturen enthielten Dies ist ein direkter Verstoß gegen das ukrainische Gesetz über den Zugang zu Gerichtsentscheidungen Abgesehen von der Rechtswidrigkeit der Beschlagnahme von Entscheidungen ist die Einschränkung des Zuganges zu den Registern Ein Ausdruck der Nähe zur Macht Und ein Rückschritt gegenüber demokratischen Werten Das einheitliche staatliche Register der Gerichtsentscheidungen ist eine wichtige Quelle für Journalisten, Die Korruptionsdelikte und Machtmissbrauch untersuchen, die während des Krieges für das Land doppelt gefährlich werden Darüber hinaus ist der Zugang zu Gerichtsentscheidungen eine tägliche Notwendigkeit für Anwälte, Strafverfolgungsbeamte, öffentliche Aktivisten und Menschenrechtsaktivisten Infolge dieser Politik des massiven Drucks seitens der Justizbehörden kommt es zu einer Vielzahl absurder, offenkundig rechtswidriger Gerichtsentscheidungen Wie zum Beispiel die Verurteilungen von Personen, die wegen sogenannter unpatriotischer und staatsfeindlicher Telefongespräche verurteilt wurden Oder das Verbot aller Oppositionsparteien in der Ukraine durch die Verabschiedung gefälschter, ins Blaue hineingefasster Urteile Die systematische Politik der Behörden im Bereich der Justiz zielt darauf ab, die Unabhängigkeit der Justiz zu zerstören Und führt dazu, dass den Bürgern der Ukraine das Recht auf ein faires Verfahren vorenthalten wird Und der Präsident die Macht unangefochten an sich reißt Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de Oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Bis zum nächsten Mal